Hier haben wir eine Aufnahme wo Taylor einen Koffer durchsucht. Dort sind zwei Proben versteckt, die Taylor finden muss. Fein, fein Taylor, fein. Taylor hat angezeigt, das war natürlich hier eine Probesitz. Er kriegt seine Belohnung. Ich schau mal in den Koffer ein. Da sitzen in den Ecken die Bettwanzen. Fein Taylor, es gibt noch eine. Taylor such weiter. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, jetzt haben wir hier die Kleidung, die durchgesucht werden muss. Taylor, hier. Fein Taylor, fein. Taylor hat es natürlich ganz schön gefunden. Sitz, Taylor. Taylor. Fein, fein gemacht. So, die Probe, die haben wir hier in der Hosentasche versteckt, dass wir die mal sehen. Da sitzen sie.